Der ehemalige französische Nationalspieler Nicolas Anel K. steht offenbar vor einem Abgang beim chinesischen Erstligisten Shanghai Shenhua. Der 33-Jährige war im vergangenen Winter vom FC Chelsea nach Shanghai gewechselt und hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. In der zurückliegenden Spielzeit erzielte der 69-malige Nationalspieler lediglich drei Tore. Nach Informationen des Vereins stehe bis jetzt allerdings noch kein endgültiges Ergebnis fest.